So, und damit Willkommen zurück zu den Olympischen Spielen Tokio 2020 bzw. 2021. Wir haben ein Piraten-Outfit und wollen heute Tennis im Doppel spielen. Drücke L und Y... Äh, scheiße. Die ganzen Tests hätte ich mir... äh, Tipps hätte ich mir anschauen sollen. Qualifikationen. Also am Anfang haben wir ja Tennis im Einzel gerockt wie Sau. Ausnahmetalent von wegen. Kachimenko. Yeah, der Pirat. So. Scheiße. Okay, Doppel ist schwieriger. Okay, aufgeladene Bälle können wir zielen. Glaub ich. Dass das nur bei den aufgeladenen Gingen. Habe ich meine... meine Partnerin angeschossen? Der war gut. Der war sehr gut. Weiter. Okay, das sind Kanonenschüsse, die ich rausballer. Oh. Oh. Oh, verdammt. Die haben mich verarscht. Die haben mich... Dulli im Kopf gespielt. Spiel mal. So, Engel. Jetzt mach du auch mal wieder... ...n... ...Punkt. Oh, okay. Gut gemacht. Engel. Das dunkle Outfit ist ja eigentlich... ...auch nett gewesen. Ja. So. Zweiter Satz. Zweiter Punkt. Gut gemacht. Ja. Wie geht's das? Ja. 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 Wow, Hammer! Entschuldigung, ich war dir im Weg. Okay, damit sind wir im Halbfinale. Ab zum Halbfinale, Tipp 4 freigeschaltet. Gab es beim Tischtennis auch ein Doppel? Wenn ja, müssen wir das auch unbedingt noch machen. Irgendwann. Bahamas? Ist das Bahamas? Butler? Bahamas. Die Vipa, okay. Okay, okay. Deutschland. Das Ass. Start. Erster Ballwechsel für uns. Jawoll. Engel macht das gut am Netz. Muss ich mal so sagen. Hä? Ach, sie hat den Gegenkörper bekommen oder was? Was ist das? Boah. Oh, das war knapp. Der hat wieder Engel angeschossen. Engel, jetzt mach mal was. Nein. Ich knall den Ballengel in den Rücken. h sets arrive. Witz witz i kre große im Platz haben kann. Ch shameless Schlaf, Kein schwotrag, AHA. Oh Gott! jawoll engel gut gemacht jawoll erster punkt geht an uns oder erster satz oder wie auch immer schwetterschläge haben wir zwei sehr gut der ist voll aufgeladen er hätte weiter auf links führen sollen nein ich war im weg ja 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 oh gott diesmal kriegen wir nichts auf die reihe hier wo wo warum habe ich auch auf sie geschossen ok entscheidender punkt entscheidender satz mal gucken wie das hier gewertet wird wir haben zu null verloren oh gott und sie darf auch anfangen wo 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 Okay, Engel, du willst, super. Mist. Komm, 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 komm. Engel, das kriegen wir hin. Ein Ding. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm. jawohl engel super gemacht damit sind wir wieder im finale was moment war das jetzt schon das finale habe ich was verpasst habe ich aus versehen wiederholen gedrückt und wir müssen jetzt zwei punkte unterschied haben oh gott noch nicht finale hohoho Jawoll. Gott sei Dank. Ich sollte immer bei einer Seite bleiben. Hei, hei, hei. Mist. Engel, schade. Oh, und der ist auch noch voll aufgeladen. Ei, Gott. Einstand. Oh, und der ist auch noch voll aufgeladen. Oh, und der ist auch noch voll aufgeladen. Engel, renn mir nicht immer vorm Schläger rum. Gott, das war knapp. Mist. Spielwahl. Oh. Oh. Jawohl. Steht jetzt 2-2? Scheiße. Weiter. Jawohl, 2-2. Das ist ein hartes Match. Sehr gut. 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 Sehr gut. Gut. Wow. Gut. 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 Engel. Du machst das. Gut. Super. Oha. Gut. Nein. Wenn ich die jetzt rankommen lasse. Komm Engel. Mach irgendwas. Fantastisches. Das war gut. 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 Das muss ich mal irgendwann... Matchball. Jawohl. Nein! Ich hab Engel angeschossen. Ich versämmel das Spiel noch. Scheiße! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Weiter! So, Finale hängen wir auch noch dran. Die Folge dauert ein bisschen länger. Es geht um Medaillen. Gold oder Silber. Die Heldin von Österreich gegen den Piraten. Ich hab ja sogar einen fetten Klunker am Finger. Was ist denn da los? Start! So. Ah! Engel, warum bist du nicht rangegangen? Engel, was machst du? Lass dich nicht mal anschießen. Hm. Ja! 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 Das, das gibt's nicht. Oh Gott. der hat wieder engel angeschossen verdammt sascha und der huber oder wie die beiden heißen schon wieder engel die haben es auf dich abgesehen moment wenn wenn ich ans netz vorgehe vielleicht können wir das aushebeln dann nach netz kämpfer sehr gut wir wollen gold spielball wow wow ok zweiten punkt haben wir uns geholt und engel darf aufschlagen was für ein solcher ballwegsel ok tut mir leid engel ich versemmelts grad bist Spielball! Spielball! Scheiße! Äh, das sieht wohl auch wieder nur nach Bronze für uns aus. Äh, Silber. Start! Oh, grad noch gerettet. Oh, knapp. Oh, ja, ich versuche sie zwei Becks, hier! Oh verdammt, damit hab ich den Eggnall ausgetrickst, oh gott, nein, 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 nein. Okay, ich konzentration einfach komplett weg bei mir tut mir leid engel nur silber Gold Österreich Bulgarien Bronze Na gut, damit beenden wir mal diese Folge von Olympische Spiele, tschüss, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.